Mittlerweile haben wir schon den vierten Spieltag in Liga 3. Es geht voran und weil unser FC Hansa schon am Freitagabend spielt, dachte ich mir, bringst du das Video einen Tag früher als sonst. Schauen wir schnell auf meine Tipps vom letzten Spieltag. 2 von 10 war eher erfolglos, glücklos. Theoretisch müsste es jetzt wieder besser laufen. Wollen wir mal eine Woche gut, dann wieder schlecht in der dritten Liga, alles unberechenbar. Wir waren immer knapp dran und sind dann doch gescheitert. Schreibt mir gerne eure Tipps, Einschätzungen. In die Kommentare würde ich mich sehr freuen. Übrigens habe ich heute Hoppys Trikot angezogen. Grüße gehen raus. Wir starten mit den Begegnungen am Samstagmittag. Dynamo Dresden trifft auf Stuttgarts U23. Und letzte Woche gab es für die Sachsen einen kleinen Dämpfer im Derby gegen Erzgebirge Aue. Lag man schnell mit 0 zu 2 hinten, fand dann nicht mehr richtig in die Partie, auch wenn man nicht die schlechtere Mannschaft war. Sie hatten mehr Ballbesitz, mehr Ecken, aber irgendwie fehlte der Zug zum Tor. Zum Schluss die unnötige Gelb-Rote von Kapitän Kutschke. Immerhin wurde unter der Woche der Zimmerschied Ersatz gefunden. Jonas Sterner kommt per Laie von Holstein Kiel. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass Dynamo zu Hause im Rudolf-Habig-Stadion anders auftreten wird. Viel präsenter, dominanter. Enorm Wut im Bauch ist ja logisch nach so einer Derby-Niederlage. Dennoch sollte man die Zweitvertretung vom VfB Stuttgart nicht unterschätzen. Der Aussteiger ist nämlich noch ungeschlagen in dieser Drittligasaison. Fünf Zähler aus den letzten drei Spielen. Am letzten Wochenende gab es trotz 2-0-Führung ein 2-2-unentschieden. Unterm Strich wird man zufrieden sein. Ein unaufgeregter, talentierter Gegner. Defensiv sind sie aber meiner Meinung nach noch nicht ganz gefestigt. Lassen gerne mal was zu. Und dies wird vor allem Dynamos starke Offensive ausnutzen. Mein Tipp daher 3-1 für Dynamo Dresden. Kommen wir jetzt zu einem kleinen Krisenduell. Mannheim empfängt den 1. FC Saarbrücken. Waldhof bisher noch ohne Sieg. Die bittere Realität da ist 1 Punkt Platz 19. Und in Verl konnte man letzte Woche eine 1-0-Führung nicht halten. Am Ende gab es ein 1-1-unentschieden. In Halbzeit 2 eigentlich nur noch verwaltet. Viele Chancen zugelassen. Und der nicht gegebene Treffer von Beuth extrem ärgerlich. Sonst hätte man wahrscheinlich 3 Punkte geholt. Nichtsdestotrotz gibt es eine kleine Hoffnung. Um hinten stabiler zu stehen, wurde Matriciani von Schalke 04 ausgeliehen. Bin sehr gespannt, wie er performt. Der ehemalige U21-Nationalspieler. Und jetzt kommt Saarbrücken. Drei Niederlagen hintereinander. Die Saarländer unterlagen Ingolstadt mit 3 zu 2. Viele Fehler in der Verteidigung. Es herrscht ein wenig Unruhe. Viele Fans fordern die Entlassung von Trainer Ziel. Sie kritisieren, dass kein Spielsystem zu erkennen ist. Bei Standards nicht gut ausgesehen. Ich bin der Meinung, dass Saarbrücken nicht schlechter war, als Ingolstadt nur Unkonzentriertheiten dazu führten, dass sie eben als Verlierer vom Platz gegangen sind. Für mich eine schwierige Partie. Ich sehe hier keinen klaren Favoriten. Und deswegen gibt es eine Punkteteilung. 2 zu 2. Mein Tipp. Der SV Sandhausen reist zum derzeitigen Tabellenzweiten. Arminia Bielefeld. Die sind bisher in dieser Saison noch ungeschlagen. Letzte Woche gab es ein gerechtes Unentschieden. Bei Rot-Weiß Essen wird man mitleben können. Gerade auswärts wenig Offensivaktion. Dafür hinten schwer zu knacken. Aktuell nur ein Gegentor. Dazu wurde unter der Woche noch Flügelflitzer Young verpflichtet, um ein bisschen mehr Tempo ins Offensivspiel zu bringen. Und Sandhausen verlor überraschenderweise gegen Hannover's U23 mit 1 zu 0. Vorne wirken sie extrem planlos. Generell sind ihre Ergebnisse sehr minimalistisch. Alle Partien sind 1 zu 0 ausgegangen. Trotzdem haben die Sandhäuser schon 6 Punkte auf dem Konto. Obwohl man nur 2 Tore schoss. In dieser Partie ist einiges möglich. Weil Bielefeld zu Hause spielt, gehe ich davon aus, dass sie nicht verlieren werden und das Ding ziehen mit 2 zu 0. Als nächstes gibt es das bayerische Duell zwischen Ingolstadt und 1860. München die einen sehr gut drauf, die anderen nicht wirklich. Ingolstadt holte einen 3 zu 2 Auswärtssieg in Saarbrücken. Was für ein langer, schöner Einwurf von Ryan Malone. Wir kennen es noch aus Hansa-Zeiten. Perfekt auf Gröning und Fröde mit dem 3 zu 2 Siegtreffer. Das Offensivspiel absolut im Griff. Sind sehr gefährlich bei Standards. Und 5 Liga-Heimspiele in Folge ungeschlagen. Da kommt was auf die Löwen zu. Vor allem, weil man nach 3 Niederlagen am Stück auf dem letzten Tabellenplatz steht. Sehr frustrierend. Und der angezählte Giannikes bleibt wohl erstmal weiter im Amt. Er wirkt Ideen und planlos. Hinten sind die Münchner sehr unsicher. 7 Gegentore aus den letzten 3 Spielen. 3 alleine kassierte man gegen Viktoria Köln. Bei einer erneuten Pleite könnte es die erste Trainerentlassung geben in dieser noch frischen Drittligasaison. In den letzten 7 Aufeinandertreffen gab es übrigens immer einen Sieger. Kein Unentschieden. Und das wird dieses Mal auch der Fall sein. Mein Gefühl sagt mir, dass sich Ingolstadt mit 2 zu 1 durchsetzen wird. Alemannia Aachen trifft auf Tabellenführer Erzgebirge Aue. Wow, das könnte sehr interessant werden. Für Alemannia Aachen gab es in der letzten Woche die erste Pleite. Und was für eine. So ärgerlich. Kurz vor Schluss das 1 zu 2 kassiert bei Energie Cottbus. Die Schiedsrichterentscheidungen oder viele sehr fragwürdig. Nichtsdestotrotz wird diese Niederlage Aachen nicht umhauen. Bin ich mir sicher. Obwohl man schon gemerkt hat, dass der erfahrene Bench-Shop vorne fehlt. In der Schlussphase war man einfach zu passiv. Und das wurde dann knallhart bestraft. Gegen Erzgebirge Aue wird es verdammt schwer. Denn die Sachsen sind zur Zeit das Maß aller Dinge. 3 Spiele, 3 Siege. Platz 1. Ich habe es angesprochen und komme mit extrem viel Selbstvertrauen. Nach dem 2 zu 0 Sieg im Sachsen-Derby. Das war schon eine Ansage. Sehr abgezockt und effizient. Die beiden formstarken Pepic und Stefaniak machen vorne ordentlich Wirbel. Hinten scheint man gefestigt. Zweimal hintereinander stand die 0. Dazu besitzen sie eine eingespielte Truppe. Aus diesem Grund gehe ich davon aus, dass die Sachsen sich den 4. Sieg in Serie holen werden und knapp mit 1 zu 0 gewinnen. Die nächste Partie heißt Dortmund 2 gegen Osnabrück. Was war das bitte für ein Spiel bei uns im Ostseestadion? Last-Minute-Punkt für Dortmunds U23. Sie haben sich nicht aufgegeben und in der zweiten Halbzeit nochmal ordentlich angezogen. In der Verteidigung lässt man aber schon gerne mal das ein oder andere zu, was Osnabrück in die Karten spielen könnte. Trotz allem sind sie vor allem im Umschaltspiel brandgefährlich mit den jungen Wilden. Und die Lila-Weißen konnten endlich mal gewinnen. Nach so langer Durststrecke der Knoten ist geplatzt. Zudem hat Engelhardt seinen Vertrag verlängert. Ein Unterschiedsspieler traf auch beim 4 zu 2 Heimsieg gegen Unterhaching 23 zu 4 Torschüsse. Also es scheint so langsam bergauf zu gehen. Rückkehrer Simakala getroffen. Gnase und Swartz jeweils in der 90. Minute. Mein Tipp von daher 3 zu 2 für den VfL Osnabrück. Am Sonntag gibt es dann noch unter anderem diese Kracherbegegnung Hannover 2 gegen Verl. Beide Mannschaften nicht weit voneinander entfernt. Sowohl geografisch als auch in der Tabelle. Beide 3 Zähler. Auf dem Konto Hannovers U23 konnte sich den allerersten Sieg am letzten Spieltag holen gegen Sandhausen. Das war soweit verdient. Die Defensive wurde stabilisiert. Und Innenverteidiger Neuzugang Lukas Wallner aus Salzburg traf direkt bei seinem Debüt. Jetzt zu Hause könnte was gehen gegen Verl. Trotzdem muss ich sagen, sind die schwer zu knacken. 3 Spiele gespielt, 3 mal unentschieden. Sehr solider Start. Also ich weiß nicht was der Rekord ist mit unentschieden zu Saisonbeginn. 3 haben sie schon mal hintereinander. Den 1-1 Ausgleich rettete Talent Onua in der 86. Minute. Man hätte durchaus gewinnen können. Es hapete an der Chancenverwertung 19 Torschüsse. Irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass der SC Verl hier einen neuen Rekord knacken möchte. Und beide Mannschaften auf Augenhöhe. Dementsprechend gibt es mal wieder ein Unentschieden. 1 zu 1 mein Tipp. Für Rot-Weiß-Essen geht es ins weit entfernte Unterhaching. Und die Bayern kassierten mal wieder eine ordentliche Packung. 4 zu 2 in Osnabrück. Obwohl man zuerst 2-1 geführt hat. Danach 3 Gegentore. 4 Torschüsse gab man auch nur ab in diesem Spiel. Dazu die gelb-rote Karte von Stiefler. Ich bin gespannt, ob sie zu Hause ein anderes Gesicht zeigen werden. Rot-Weiß-Essen mit einem 0 zu 0 im Rücken. Gegen Arminia Bielefeld im Niederrhein-Pokal sind sie eine Runde weiter. Neuzugang Eitschberger hat gleich mal gezeigt, warum er auch bei vielen anderen Vereinen so begehrt war. Alles in allen wenig zugelassen und auch auf fremdem Platz tut sich. Rot-Weiß-Essen gar nicht so schwer. Auswärtssieg bei Hannovers U23. Jedoch, wenn wir mal die Historie jetzt hier rauskramen, gab es für RWE den letzten Sieg gegen Unterhaching 1989. Kann man hier von einem Angstgegner sprechen? Ich weiß nicht. Mein Gefühl sagt mir trotzdem, dass Rot-Weiß-Essen sich den Auswärtssieg holt. Irgendwann reißt immer mal so eine Serie. Und das wird an diesem Spieltag der Fall sein. 3 zu 1 für RWE. Das vorletzte Spiel für heute bestreiten Wien-Wiesbaden und Energie Cottbus. Die Hessen zur Zeit noch ungeschlagen. Zwei Unentschieden. Ein Sieg gegen Stuttgart 2 holte man einen 2 zu 0 Rückstand auf. Franjic verschoss sogar noch am Ende ein Elfmeter. Sie hatten also den Sieg auf dem Fuß. Hinten scheinen sie noch nicht ganz gefestigt. Kleine Schnitzer drin. Das könnte Energie nutzen, zumal die Lausitzer den ersten Sieg in dieser Saison eingefahren haben. Und was für ein Hammer war das bitte in der Nachspielzeit vom eingewechselten Axel Borgmann. Einfach mal ein Herz genommen, raufgezogen und eiskalt verwandelt das Ding. Sowas fehlt bei unserem FC Hansa. Mal riskieren, probieren. Und es hat ja einfach sensationell funktioniert. Rorik mal wieder einer der Besten auf dem Platz gewesen. Dieser Sieg wird ihnen sicherlich Selbstvertrauen geben. Die Lausitzer sind immer für ein Tor gut. Zumal Lucas Copado verpflichtet wurde. Ein interessanter Stürmer. Laie von Linz. Bei Bayerns U23 kam er auf 17 Einsätze und 16 Scorer. Ich traue Cottbus eine kleine Überraschung zu und setze auf einen 2 zu 1 Auswärtssieg. Für uns geht es am Freitagabend zu Viktoria Köln. Historischer Fehlstart noch nie ist unser FC Hansa so schlecht in eine Drittligasaison gestartet. Zwei Punkte, vier davon alleine verschenkt gegen die Zweitvertretung aus Stuttgart und zuletzt Dortmund. Dieses 1 zu 1 Gegentor in letzter Sekunde habe ich immer noch nicht wirklich verdaut. Der Sieg war schon eigentlich in unseren Händen. Und dann wurde die Passivität eiskalt bestraft. Hinten reingestellt, versucht das Ergebnis zu verwalten. Vorne nicht nachgelegt. Und am Ende rächt sich das. Klar war das aberkannte Abseits-Tor ärgerlich. Was auch ganz deutlich kein Abseits war von Frühling. Ich hätte es ihm gegönnt, vor allem weil es ja auch mal schön rausgespielt war. Aber hätte, hätte, Fahrradkette. Es kommt zur Zeit einfach alles zusammen. Pfostentreffer, viele Chancen liegen gelassen. Alleine vorm Tor Lebo. Kein Wunder, dass dann irgendwann der Ausgleich fällt. Und das ist ja das altbekannte Problem. Nicht fit und wach genug sein in der Schlussphase. Nichtsdestotrotz gab es auch Lichtblicke. Jan Mäder, Neuzugang, hatte seine rechte Seite gut im Griff. Im Zusammenspiel mit Frühling, Lebo. Das konnte man schon erkennen. Dafür waren wir auf der linken Seite extrem anfällig. Das hat Dortmund 2 direkt erkannt. Ausgenutzt. Über die Seite fiel auch das 1 zu 1. Generell muss ich sagen, fehlt mir die Qualität in der Breite. Du hast es gesehen, von der Bank neue Impulse zu setzen, war schwer. Und lass einfach mal jetzt ein paar Leistungsträger ausfallen. Wie können wir die kompensieren? Fröhling angeschlagen raus. Güllehen, Harenbrock. Hollerbach reift da auch schon ein bisschen ein und kritisiert. Währenddessen ich dieses Video schneide, wurde ein neuer Transfer bei unserem FC Hansa vorgestellt für den Sturm. Darauf gehe ich aber nochmal genauer im morgigen Video ein. Zumindest können wir optimistisch bleiben. Dass doch noch der ein oder andere Spieler folgt für die Breite des Kaders, wäre es sehr, sehr wichtig. Ihr wisst es. Also hoffen wir mal, dass es nicht nur bei diesem Spieler bleibt. Ein paar Tage sind noch, bis das Transferfenster schließt. Ich bin gespannt. Hauptsache es passiert noch irgendwas. Nicht nur ein Stürmer, weil wir auf vielen Positionen Baustellen haben. Und jetzt trifft man eben auf formstarke Kölner. Die haben schon 6 Punkte, 2 Siege hintereinander. Zuletzt gab es einen 3 zu 1 Auswärtserfolg bei 1860 München. Sind heißkalt vor dem Tor gewesen. Brauchen echt nicht viele Chancen. Und das kann doch auch kein Zufall mehr sein, dass genau 2 Ex-Hansa-Spieler getroffen haben am letzten Wochenende. Brian Henning und der eingewechselte Semigüler per Elfmeter. Oh Mann, oh Mann. Hoffentlich werden die die Füße stillhalten und uns keinen einschenken. Kann ich drauf verzichten. Aber hier, um was Positives zu sehen. Viktoria Köln hat bisher in jedem Spiel mindestens ein Gegentor kassiert. Also Hansa, strafft euch. Tore schießen, effizient sein. Allerdings trafen die Kölner auch schon 6 Mal. Trainer Olaf Jansen strahlt eine enorme Ruhe aus. Viel Erfahrung bringt er mit. Hat eine gefestigte Mannschaft, obwohl sie einige Abgänge verkraften mussten. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und irgendwann muss ja mal der Bann gebrochen werden. Dementsprechend, komm Hansa, so viele werden wieder nach Köln reisen. Also bitte belohnt euch selber. Belohnt uns dafür, dass wir alles geben. Ich setze einfach mal auf ein hoffnungsvolles 1 zu 0 auswärts in Köln. Was kann es Geileres geben, einen Dreier zu feiern. Auch wenn Viktoria Köln gut drauf ist, ich sie nicht unterschätze, muss es jetzt doch mal so langsam klappen. Ein Sieg wäre enorm wichtig. Ihr seht es anhand der Tabelle. Unser FC Hansa würde auf den 12. Tabellenplatz springen. Unten rauskommen, sich Luft verschaffen. Auf Platz 1 befindet sich immer noch Erzgebirge Aue. Mal gucken, ob sie das durchhalten können. 4 Spiele, 4 Siege. Arminia Bielefeld dahinter und auf 3 Dynamo Dresden punktgleich mit Ingolstadt. Das waren meine Tipps zum 4. Spieltag. Ich bedanke mich für jeden Daumen nach oben. Bin gespannt, was ihr so sagt. Eure Einschätzung gerne unten rein. Und dann gehe ich ohne Erwartungen in dieses Auswärtsspiel. Im besten Fall überrascht uns die Mannschaft. Und dann können wir ein wenig aufatmen. In diesem Sinne, bleibt stabil. Macht's gut. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Und zurück! Vielen Dank.